Es gibt Videos mit Untertiteln! Ich wurde in letzter Zeit zweimal gebeten, Untertitel für meine Videos zu machen. Und die Sache ist die, es gibt schon viele, viele Videos mit Untertiteln. Dieser Wunsch ist dir also schon jetzt erfüllt. Um diese Videos zu sehen, besuchst du einfach freegermanvideos.de und dort hast du sehr viele Videos mit Untertiteln. Okay? Viel Spaß damit und für alle, denen Untertitel nicht so wichtig sind oder die die Herausforderung haben wollen, diese Videos ohne Untertitel zu sehen. Für die ist immer noch der Vlog eine gute Variante. Aber auch, wenn du diese Videos verstehst, aber die anderen Videos noch nicht gesehen hast, dann empfehle ich dir auch, diese URL zu besuchen. freegermanvideos.de. Okay? Viel Spaß damit und wir sehen uns morgen oder eben bei den anderen Videos. Tschüss!